Willkommen zurück! Scheiss Metroid. Mit ja. Mit Metroid? Keine Ahnung. Willkommen zurück bei Planet Base. Wie ihr seht haben wir nicht wahnsinnig viel Stahl und ein bisschen Bioplastik, aber das liegt daran, zum einen habe ich hier noch zwei Mini gebaut, damit ein bisschen mehr Erz gefördert wird. Und ich habe da hinten noch ein paar Sachen in Auftrag gegeben, weil die Energie langsam ein bisschen kritisch wurde. Solarzellen, ein bisschen mehr. Es sind dann alle drei Goliath-Turbinen, die ich hierhin gebaut habe. Und diesen Speicher hier. Können wir euch noch mal einen hinsetzen eigentlich. So und dann hier noch durch. Und dann hier noch Solarmodule. Hier die Nachricht. Kleine Gruppe. Gut, kann ich aufnehmen. So. Und hier ein bisschen Stahl verbraucht, aber dafür danach wieder ein bisschen Energie gewonnen. Ich kann hier 110. Weil ihr seht hier, jetzt geht es einigermaßen mit dem Wind. Aber ohne Wind ist das hier kaum zu bewältigen eigentlich. Nur mit uns bleiben. Es ist nur hier 500, 600. Es reicht natürlich nicht um die Speicher zu füllen für die Nacht. Der entscheidende für die Wind-Turbinen ist der, wir können auch in der Nacht arbeiten. So. Und dann können wir hier ein bisschen weiter. Mit Bürgern. So. Und dann können wir hier ein bisschen weiter. Mit Bürgern. Auf Plastikprozessor oder? Nein. Da hat es bereits 2. Es reicht vorerst. Auf beiden Anlagen auf jeden Fall mal. Bis sind eigentlich schon gleich 2, wann es geht. Jawoll. Hier wollte ich ja eigentlich keine Verbindung haben. Ich Idiot Wenn wir das jetzt hier haben können wir es ja hier abreissen Ich besuche das jetzt da an Der hat einen Transport-Bot Ein bisschen Bioplastik haben wir zwar genug Waffen haben wir auch genug Ja nur noch ein Bot So Schluck auf Nein Das ist nicht mittel Nein das ist auch groß Wir können dann hier durch eine Verbindung machen Damit das hier auch über zwei Wege geht Ist kein Problem Aber dann haben wir hier mal eine Aufberatungsanlage für beides Dann kommt hier mal Sicherheitsbereich Kontrollzentrum Wachen wir mal das Kontrollzentrum hier hin Anschluss hier rauf Das eine wird dann rein Bioplastik sein Ein bisschen weiter weg Wäre nicht schlecht Ist weiter hier Ist weiter jetzt vom Berg Aus dem Grund Dann kann ich da noch Eine Mine setzen So Dann kommt hier schon die Sauerstoffschlöse hin So Und Vielleicht auch eine zweite Entschuldigung Also der hat Ja nur zwei Stahl leider Aber noch ein bisschen Ersatzteile Und da hier ist immer ein bisschen knapp Und da hier ist immer ein bisschen knapp Da gibt es kein Fibidu, wie soll denn das? Hier können wir Metallprozessoren reinbauen Wie sieht es mit denen aus? Nein, das ist eine Kohler-Turbine Weltüberallmissung Ich mache die so weit weg wie möglich Hier gibt es keine Verbindung Komisch Dann hier ein 1.Helfe-Zentrum Ja, aber ich bin auch da eigentlich Ach, das hat hier über... Da kann ich hier noch mal das Zweischleusen nennen Zweischleusen Platz haben Dann fülle ich hier noch ein bisschen nach mit Raumhilfen Haben jetzt hier wieder ein bisschen mehr Schleusen Welche sind ziemlich wichtig für die Raumhilfen Dann... Schlafensmöglichkeiten Ich nehme einen Schlafensmöglichkeiten Ich nehme hier einen Ich nehme hier noch ein bisschen Einwanderkantine Eine ganz große, glaube ich 1 und 2 Schauen wir, ob hier noch eine Verbindung reingeht. Ah, wie kann sie das? Und schon sind alle tot. Drei verwundete, einer ist schon wieder gehalten. Kolonisten kommen auch schon nachschub. Auch wenn nur einer. Ah, wir haben jetzt da schön 66242424. Das ist gut. Erstmal werden Kolonisten bei 120 für das erste. Jetzt kommt ein Rollzentrum. Das soll natürlich auch schon eingerichtet werden. Erstmal. Drei. Dann haben wir zwei. Drei. 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 Waffenschränke. Drei. 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 Und dann Waffenschränke. Drei. 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 Wir haben hier die Kantine, auch hier hinten noch ein großes Lager Das geht jetzt ja alles um den Mausgang hier rüber Und dann nochmal ein großes Lager Diesmal das massive, das kann ich glaube 24 Gesamthaft haben Also 24 Felder Mit dem hier können wir dann die beiden hier ersetzen eigentlich Bisschen die hier halt ein bisschen weiter laufen für das Essen oder holen sich einfach nur Fleisch von hier Und da sind wir noch auf Brüte Upsala Die sind Am Bioplastik liegt es nicht Da haben wir definitiv genug Der Wasserspeicher ist niedrig, gut bauen wir danach noch ein paar neue hin Korrigiere, Wasserspeicher ist kritisch Und der erstiges Allstoffgeneraltor, kein Wasser mehr Jetzt hat er wieder Wahrscheinlich reicht es genau für den einfach nicht Also hier ist Wasserspeicher, ne Kollektor Jetzt werden wir jetzt auf Max Angemal 2 Stück So So Dokumentsprojektet über Das heißt Die bekommen als erstes Metallüber wenn verfügbar ist Die brauchen ja auch nicht so viel nur J4 oder J5 mit den Verbindungen Da ist schon die blaue Pracht. 185.000 Vielleicht noch drei und dann kann das Ganze hier in Betrieb gehen. Das ist auch schon große. Ziemlich nah. Bereit, rechte Laser hier drüber. Der hatte noch alles drin, gut. Nein, das hat schon fast vergessen. Ups. Jetzt müssen wir mal noch das alte Kontrollzentrum hier. Derzeit. Jetzt müssen wir mal die Kontrollen außenwillige. Dann ein Waffenschränke mit Namen. Wenn es dann gehen würde. Dann ein Waffenschränke mit dem Waffenschränke. Das ist so gut. Angewogenes Geld. geht was ist das handelsschiff die ressourcen nehmen wir noch ein strom hält dass sie noch nicht gebaut wurde da kommt es hoffentlich dann machen wir hier wahrscheinlich wieder ein bisschen betten hin die kurve hier wir können uns dann noch auf dieser ebene komplett ausbreiten hier hinten komplett voll mit außen strukturen machen jetzt können so einige strukturen gebaut werden kein wasser ja gut wir haben jetzt auch ein bisschen gebrannt im stahl wir haben jetzt auch ein bisschen gebrannt im stahl das ist der nächste stahl hier äh das nächste metall hier hinkommt dann können wir hier ja gut das ist der nächste stelle heißt Jetzt muss ich noch warten. Oben sind gerade auch Stahl fertig. So sag ich Dauenstahl, Metall! Acht Metalle sind jetzt fertig. Die werden durch jetzt verteilt. Wo sie nötig sind, sind schon wieder weiter verfertigt. Das ist hier. Damit es hier möglichst wenig eingesperrt wird. So können wir das hier mal füllen. Soll ich jetzt wieder mehr Batten haben. Handelschiff! Hoppata! Oh, hier! Hm. Noch zwei Mal Putz. Auf die beiden kann ich eigentlich verzichten. Jetzt auch noch auf Hel. Gut, er hätte eine geringe Provision gehabt. So. Können wir das ja auch schon bauen. Das ist doch toll. Da fällt auch nicht mehr auf wen noch sieben Stahl. Oh, Stahl! Metall! Weck mich selber auf darüber. Das sind eigentlich so meine Steine, die wir verlieren. Ähm, Technokratie. Das heißt alle zehn Technologien. Das sind noch die zwei DNS Gemüse. Monolith müssen wir noch bauen. Für Größen wahnsinnig. Und 300. Hm, wieso das ausgerechnet 300 sind? Und noch vier Metalle fehlen. Drei haben wir noch irgendwo rumliegen oder werden transportiert. Eins von beiden. Jetzt ist vier. Ja. Oh, das sind doch jetzt schon eine Sache. Oh, das sind doch jetzt schon eine Sache. Ja. Was reicht jetzt? Das ist eine. Können die Potswirken? Wir müssen wieder in die Bienen gehen. Yay. Ressourcen und Ersatzteile sind am fertigen über. Wir könnten langsam noch die drei Strukturen hier befürcht werden. Und dann noch den Chef. Wir wären bei den Ersatzteile sind alle. Ich hab die Bots schauen. Dass ich die überkomme. Ja, die müssen wir jetzt einen Waffen verkaufen. Auch Schwakreise und mit Skiddy's. Wir kommen jetzt nicht umher. Also 405, 1, 2, 1 Und auf Ich hab das kapiert lassen Also wie gesagt aufgehen Nice Andere Mal Brauchen wir ein bisschen Da hab ich das mal gebaut Braucht ihm nur 4 Metalle Da hat er hier irgendwie Vorraum bekommen Aber schadet nicht Da kommt er jetzt das letzte Ne warte das letzte Ich bin aber noch 2 Mein Kopf Ist ein bisschen Torrennern da Da kommt noch eines Die beiden gehen wohl Hyper-Räder Ja die Zahnräder Ja die generelle Die beiden Windräder hier Mit dem noch keiner ist Noch eine Verbindung Ich merke die gar nicht von Wenn es außer der Meldung keine Auswirkungen hat Ist gut Das Biodom wird gebaut Ah guck mal Das Biodom wird gebaut Das Biodom ist sauber Und das jetzt schon Ah ne Ist nur Noch 24 sind das hier Noch 24 sind das hier Auf 4 Leerpflanze 2 an Also von der auf Von der noch einer Und noch ein Bimmschen hin Dann mal wieder die Kolonisten aktivieren Und Lass mich noch gibt Ups 2 2 3 4 3 3 4 1 So, also mit dem hier können wir jetzt eigentlich die Weiten dahinten, aber zumindest, meiner ... nehmen wir, der ist schon grösser, der ist noch ein kleiner, das ist nicht noch ein vierten, ne, der dritten oder fünften, je nachdem. Ja, also, wir beschäftigen den hier mal ab, weil wir unsere Biologen ja nicht zu sehr beschäftigen. So, was ich vor allem auch noch will, ist Retortenfleisch irgendwo hier, auch noch produzieren lassen wahrscheinlich hier. Upsala. So. Na, fast auf dem Gipfel. Kann schon kaum bald. So. Oh. Dann ist auch alles gebaut wunderbar. Also, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei Planet Base.